So, dann geht es weiter mit den sogenannten Alias-Seiten, das sind praktisch Seitenvorlagen, damit ich, wenn ich zum Beispiel eine Seitenzahl in dem Jahresbericht haben möchte, ich nicht auf jeder Seite neu die Seitenzahl eingeben muss. Von daher kann ich hergehen, sagen Dokument erzeugen, neue Alias-Seite, jetzt muss ich bloß schauen, ist da schon eine angelegt, ah ja, da ist schon eine, die nehmen wir her, wenn wir hier drauf gehen, dann sieht man hier so eine Schraffur, das heißt, jetzt erstellen wir praktisch eine Seitenvorlage und diese Seitenvorlage, die kann man dann praktisch auf die übrigen Seiten drüberziehen und die haben dann das gleiche Format. Also beispielsweise Textfeld hier einfügen, hier links unten, dann müssen wir hier noch den Cursor positionieren, dann sagen wir hier Text einfügen, Variable einfügen und dann Seitennummer. So, wenn wir das jetzt ein bisschen größer machen, dann sehen wir hier ein Nummernzeichen, da ist noch keine Seitenzahl drin, aber später wird da praktisch eine Seitenzahl draus. So, dann machen wir das auf der anderen Seite auch, hier wieder Textfeld aufziehen, vielleicht ein bisschen größer machen, dann Text einfügen, Variable, Seitennummer und das Ganze jetzt natürlich hier an dieser Ecke, also sagen wir hier rechtsbündig, weil es ja die rechte Seite ist und hier kann man jetzt dann sehen, okay, hier an diesem grünen Rahmen, diesen grünen Rahmen, da orientieren sich jetzt die Seitenzahlen. Jetzt wollen wir hier noch was einfügen und zwar ein Gestaltungselement und zwar haben wir ja sicherlich immer auf einer Seitenüberschrift, das heißt wir machen hier wieder, wir machen hier ein Textfeld auf, das machen wir hier genau in diesen Bereich hier rein, dann sagen wir auch schon mal Überschrift. So, wir behalten würde ich sagen die Arealschrift bei, wir gehen auf Schriftgröße 14 bei den Überschriften und das Ganze machen wir natürlich rechtsbündig, vielleicht in einer anderen Farbe, jetzt haben wir hier schwarz, die Überschriften rot, okay, lassen wir das mal so. Jetzt ist es wichtig folgendes noch einzustellen und zwar, das sind ja praktisch Vorlagefelder, wenn ich jetzt ins normale Dokument übergehe, dann könnte ich die Überschrift gar nicht überschreiben und auf jeder Seite sind natürlich andere Überschriften. Das heißt, ich muss jetzt noch hergehen und sagen Objekt, Spezial und hier muss ich sagen Alias Inhalt Variabel, das heißt nur wenn ich das hier angeklickt habe, dann kann ich später auch den Inhalt von diesem Textfeld entsprechend überschreiben. Hier machen wir das genauso, ich mache das mal so weit auf, hier schreibe ich auch mal Überschrift rein, das Ganze machen wir auch, Schriftgröße 14 in rot und hier ist es schon linksbündig, hier ist auch wichtig zu sagen, Text, Objekt, Spezial und dann Alias Inhalt Variabel. Was noch wichtig ist, Kopf- und Fußzeile, hier müssen wir das der Kopfzeile zuweisen, am Textrahmen, Ok, da muss ich es nochmal schreiben. So, dann Genau, dann übernehme das für die A und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sind wir wieder im Dokument. Das ist schon mal die rechte Seite, Seite 1, wenn ich jetzt hier praktisch weitere Seiten einfüge, hier unten aufpassen, wo hier diese Ecke ist, genau, Seite 1, 2, 3, also das ist praktisch, mit der Seite fängt es an, linke Seite, rechte Seite und dann überprüfen wir mal, ob wir das auch so richtig eingestellt haben, also die Überschrift ist auf der rechten Seite rechts, Seitenzahl auch rechts, auf der linken Seite, nächste Seite ist die Überschrift links, hier wieder rechts und dann noch, mal schauen, vergrößern, ob die Seitenzahl auch stimmt, Seite 2 und da drüben Seite 3, ok, das passt soweit.